Mahlzeit, Leute. Ich wollte dieses Gericht grillen. Aber der Sommer gibt keine Hoffnung. Egal, dann mache ich halt im Backofen. Damit Fleisch zart ist, empfehle ich, das Riebchen vorher 2-3 Stunden kochen lassen. So muss abfallen. Und wenn das nicht abfällt, weiter kochen. In der Zeit könntet ihr die Soße vorbereiten. Die besten Zutaten sind Paprika, Chili, Zwiebeln, Tomaten und Mandel. Alles gut einbraten, Tomatenmark, Ingwer und Brühe von Riebchen dazugeben. Mit belebigen Kräutern würzen. Riebchen aus dem Topf rausnehmen, auf dem Blech legen, die Soße gut verteilen, mit Folie zudecken. Zum Schluss mit Honig und Olivenöl einpinseln und für ca. 15 Minuten in den heißen Backofen lassen. Duh. Duh. Duh.